hallo bei ink up your pen heute möchte ich euch einen weiteren füllfeder halter vorstellen den ihr sehr wahrscheinlich zumindest haben das andere schon im internet ergeben nur noch vintage bekommen könnt vielleicht noch new old stock das wäre noch die möglichkeit aber selbst der hersteller hat ihn auf seiner website nicht mehr es handelt sich um den laban checkered flag da gibt es mehrere ausführungen die ausführung die ich euch vorstellen möchte ist die ausführung large und wie immer würde ich euch den füllfeder halter beschreiben welchen bisschen was zu der firma erzählen falls sie die nicht kennt dann machen wir maße und gewichte danach machen eine schreibprobe dann erzähle ich euch wie immer was mir gut gefällt was mir weniger gut gefällt und zum schluss ziehen wir ein resümee und ich sage euch ob ich mir wieder kaufen würde und wo ihn vielleicht noch finden könnt dann lass uns loslegen ja so sieht die kiste aus die ich bekommen habe ich habe die über ebay kleinanzeigen gekauft der füllfeder halter kostet im internet ungefähr 200 euro vielleicht auch etwas drüber ich habe ihn zumeist nur in den usa gefunden und es relativ selten und schwer zu finden so sieht die kiste aus hier gehört normalerweise noch so ein weißer pappschuber drum herum aber der war nicht mehr dabei so also recht unscheinbar wenn man sie aufmacht dann ist hier drin eine hülle für einen füllfeder halter ist jetzt hier ein bisschen staubig habe ihn schon einige zeit in gebrauch und wir haben auch katzen zu hause insofern kann da schon mal das eine oder andere katzen haben dran sein aber hier seht ihr noch mal laban der taiwanesische hersteller 1981 gegründet hat viel ich sag mal versucht geschichte zu schreiben sich auch zu etablieren der papst hat mit einem laban füllfeder halter geschrieben und ja man versucht halt so ein bisschen sich auf dem markt mit diesen aktionen dadurch zu setzen und bekanntheitsgrad zu erlangen weil wie gesagt 1981 gegründet ist ein relativ junger hersteller also dieser samt beutel ist hier dabei den legen wir jetzt mal an die seite dann kommt hier diese kiste zum vorschein ich drehe sie mal rum wenn man kann sie hier vorne weg klappen das ist eine papp kiste da ist so ein dünner fließstoff drauf und dann kommt eine wunderschöne schwarz lackierte glänzende holzkiste zum vorschein da seht ihr auch drin gleich wie sich meine kamera darin spiegelt also die ist wirklich sehr sehr schön diese holzkiste wir nehmen sie mal raus stellen den resten mal an die seite habe ich das hier eingeklemmt so das geht an die seite so diese holzkiste ist auch völlig unbeschriftet hat unten einen samtboden hinten dran sind scharniere also auch sehr stabil recht schwer ich glaube sie einfach mal auf und dann seht ihr hier den laban checkered flag large wenn wir hier in die innenseite gucken ich drehe das noch mal so ein bisschen rum seht ihr auch hier noch mal beschriftet das laban logo spiegelt hier alles ein bisschen der füllfeder halte aber ich glaube man kann es hier so ganz gut ganz gut erkennen okay dann kann man auch also erstmal den füllfeder halter herausholen da haben wir hier das laban logo noch mal drauf das ist ja an dem clip dran gewesen dann kann man hier auch ich lege den erst mal zur seite und ziehe das logo mal ab den boden noch mal rausholen da ist jetzt hier bei mir nichts drunter hier ist so ein papier das ganze ist so ein samtiger weicher stoff damit der füllfeder halter gut geschützt ist da sollte eigentlich noch drin sein ein converter und eine beschreibung die waren jetzt in meinem falle nicht mehr mit dabei aber wie gesagt er ist nur second hand zu bekommen insofern der zustand des füllfeder halter war hervorragend da kann man hier aus meiner sicht ein paar abstriche machen und darauf verzichten beim converter ist es sowieso kein problem der füllfeder halter verwendet normale standard patronen das heißt also auch jeder standard converter kann hier verwendung finden okay dann machen wir die box wieder zu stellen alles neben dran und dann werden wir uns mal den bestandteilen des füllfeder halters zuwenden ja das ist er der laban checkered flag large wie gesagt für rennsportenthusiasten wohl hergestellt die startflagge soll es symbolisieren und da fangen wir auch gleich mal damit an mit diesem muster checkered flag ich habe mir die laban seite mal angeschaut und habe dort verschiedenartigste füllfeder halter gefunden und vielleicht denkt man auf den ersten blick das ist ein acrylharz füllfeder halter aber das ist es nicht und zwar ist das hier etwas ganz besonderes ich würde es mal näher anbringen bzw wir können das hier mal ein bisschen rein zoomen damit ihr mal das holz genauer seht weil es ist bei den hellen stellen könnte es besonders gut sehen der füllfeder halter ist nicht aus acrylharz sondern es handelt sich hier um holz und zwar ist dieses muster eine kombination aus ahorn und schwarznuss schwarznuss kommt in den usa vor und ahorn kennt ihr mit sicherheit insofern brauche ich da nichts zum verbreitungsgebiet sagen und wenn man heute auf der laban seite sich das ganze anschaut dann findet man keinen füllfeder halter der in holz gearbeitet ist also dieses vintage stück ist etwas ganz besonderes weil es so heute von laban nicht mehr hergestellt wird also man sieht hier ganz deutlich diese diese feine arbeit jetzt ein bisschen dreck geht weg dieser holz maserung die hier zu erkennen ist also wunderschön gemacht okay dann können wir da raus zoomen ja beginnen mit der kappe dann können wir gleich mal gucken wie viele umdrehungen wir brauchen um die aufzuschrauben 1 2 2 und eine viertel umdrehung und dann ist der füllfeder halter offen legen wir den ersten mal nebenhin kommen wir gleich dazu ja unten an der kappe haben wir das kappen band hier unten aus meiner sicht sehr schön gearbeitet ich werde es auch mal ein bisschen ranzoomen könnt ihr euch das da auch noch mal anschauen da sind wie so kleine blumen drauf dieses muster dieses muster wiederholt sich dann in ähnlicher weise noch mal auf dem clip stelle nachher auch noch mal ein paar hochauflösende fotos auf meiner webseite ein da könnt ihr euch das auch noch mal anschauen aber ich denke hier sieht man ganz gut wie das band hier unten das metall eine band mit dieser blumenverzierung versehen ist sieht sehr schön aus die kappe selber wieder aus dem ahorn und schwarznuss holz im stile einer startflagge gemacht der clip fest funktional so kann man jetzt nichts besonderes sagen außer dass er sehr gut dazu passt das ist silberner dann haben wir hier die kappe müssen wir den fokus mal ein bisschen kappenkopf kommen noch ein stückchen so dann haben wir das laban logo noch mal drauf dieses stück ist auch in metall gearbeitet und ist mit einem kunststoff mit der kunststoff einfassung befestigt also typische laban logo dass er wenn ihr die marke kennt auch von anderen füllväter halt dann kennt ok so viel zur kappe können wir mal einen blick rein werfen gibt es auch nicht vielen plastik in leben plastik gewinde legen wir das mal nebenhin dann kommen wir mal zum schaft der schaft dass wir hier den autofokus wieder nach unten ziehen uns wird das hier nichts der schafft auch wieder aus diesem wunderschönen ahorn und schwarznussholz gefertigt zum ende des schaftes zum abschluss stück bzw schon kurz vor dem abschluss stück hört es ja auf das hier ist schon kunststoff dann kommt oben ein kunststoff abschluss stück mal gucken ob das abgeht geht nicht ab und dieses abschluss stück hat auch hier gar nichts drauf glänzendes material könnte hier noch mal schauen dass jeder wie sich hier alles spiegelt ja also das ist wie gesagt nichts besonderes ich finde das aber eigentlich ganz gut weil wenn da jetzt noch besondere verzierung hier an dem abschluss stück dran wären dann würde das von dieser tollen arbeit hier ablenken und insofern denke ich dass hier ist der hauptbestandteil der schaft der hier aus diesem holz gefertigt ist ok dann kommen wir zum griffstück drehen wir mal um hinten drauf am griffstück der tintenleiter nichts besonderes griffstück ist aus kunststoff mit kunststoff gewinde auch hier nichts besonderes schauen wir uns die feder mal ein bisschen genauer an da steht man sieht man es schon ein bisschen besser hinbekommen laban iridium und m und noch mal das elfes laban logo also das ist eine m feder ist eine stahl feder soweit ich das erkennen kann das logo ist drauf sieht sehr schön aus ist recht groß diese feder im internet auch kleinere federn gefunden aber das ist eine recht große laban feder auch gebrandet ok sondern nehmen wir das griffstück mal trennen wir mal vom schaft so ich habe jetzt hier einen ganz normalen konverter eingesetzt das ist jetzt auch nichts außergewöhnliches ihr seht hier drin jetzt kann man jetzt nicht so richtig gut erkennen da muss ich mal wieder zurücknehmen das seht ihr hier drin einem gewinde kunststoff gewinde hier unten haben wir ein metall gewinde also kunststoff auf metall ok ja wie gesagt ein ganz normaler konverter drin es ist auch nicht der original konverter wie gesagt der war bei mir leider nicht mehr dabei aber es passt ein handelsüblicher konverter ihr seht schon ich habe hier den füllfeder halter mit tinte befüllt und ist alles noch ein bisschen hier für euch ins bild das ist noch nicht ganz im bild so jetzt haben wir es fast zack 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 okay so sieht das doch ganz gut aus also kommen wir mal zu den maßen und gewichten fangen mit dem gewicht an so wie er hier vor euch liegt befüllt und mit konverter wiegt er 44,7 gramm das ist ein recht kräftiger füllfeder halter ich liebe kräftige füllfeder halter er misst 13,1 zentimeter ohne kappe im geschlossenen zustand misst er 14,5 zentimeter und wenn man die kappe aufsteckt dazu muss ich mal kurz zusammenbauen das geht also auch wenn das von euch mag so ihr seht die hält pumpen fest da misst er 17,5 zentimeter also ist schon ein ein recht großer kräftiger füllfeder halter wer das mag der sollte sich unbedingt auf die suche nach diesem modell von laban machen das griffstück hat einen durchmesser von 12,4 millimeter was für ein griffstück auch ganz ordentlich ist man muss es mögen manch einer liebt einen schlanken füllfeder halter ich finde diese großen kräftigen füllfeder halter sehr sehr schön also für mich ist es genau das richtige und deswegen kann ich absolut nur sagen das ist der liegt super in der hand er ist ein super stift für den super füllfeder halter für jeden tag ich habe ihn jetzt circa sechs monate und muss sagen wirklich ein ganz fantastischer füllfeder halter ok soviel zu den bestandteilen dann werden wir ihn wieder schließen und dann machen wir eine schreibprobe die schreibprobe ich habe mich bei dem laban checkered flag für die parker quinks schwarz blau entschieden und dann legen wir mal los also wir haben hier den laban jackered flag large das papier ist clairefontaine dcp 160 gramm und dann könnt ihr euch mal anhören wie sich die feder über das papier bewegt also ich finde schreibt da sehr schön und b klingt da auch sehr gut findet die feder man sagt ja oft die feder sinkt in diesem fall trifft es wirklich hundertprozentig zu die feder sinkt hier über über das papier gefällt mir sehr gut das haben wir einen moment offen gelassen jetzt wir mal schnelles schreiben probieren da ist auch sofort da also auch hier keine einschränkung schieben wir das mal ein bisschen höher wenn wir mal verkehrt herumschreiben da würde schon deutliches kratzen er hält durch aber das ist dann würde ich mal sagen eine extra feine fast schon hier unten und alles was hier oben geschrieben habe ist eine m feder also denke das trifft auch ganz gut zu schauen wir mal ein bisschen variation hinein bekommen ganz vorsichtig also da ist nicht viel rauszuholen aus dieser stahl fehler gucken wir mal die parker gilt ja nicht unbedingt als sehr feuchte tinte mal gucken ja bestätigt sich hier auch also äh tintenflus ist absolut ausreichend aber es ist kein besonders feuchtes schreiben ja soviel zum schreibtest und dann werde ich euch als nächstes erzählen was hat mir gut gefallen was hat mir weniger gut gefallen und dann werden wir ein resümee ziehen was hat mir gut gefallen was hat mir weniger gut gefallen will man mit der verpackung anfangen hier diese edle box mit dem glänzenden holz zeigt euch hier noch mal fand ich ganz fantastisch also super verpackt auch richtig schwer macht was her muss man einfach so sagen da gibt es andere hersteller auch deutsche hersteller die so etwas auch in höheren preisklassen nicht unbedingt aufliefern also das sieht schon sehr sehr gut aus die edle verarbeitung des holzes hier seht das noch mal also das ist schon eine feine arbeit kann mir schon vorstellen warum man den heute nicht mehr herstellt weil der wird mit sicherheit noch teurer als 200 euro werden wenn man den jetzt als neuauflage machen würde wenn man sich schon mal anschaut was manch ein acryl füllfederhalter kostet dann ist das schon im vergleich dazu auch noch mal ein ganz schönes stück arbeit um diese diese maserung zwischen ahorn und schwarznuss dahin zu bekommen das gefällt mir noch größe und gewicht wie gesagt ich mag ihn liegt gut in der hand jetzt hier noch mal kommt damit gut klar wir könnten aufstecken da wäre mir ein bisschen zu schwer weil die kappe schon recht kräftig ist aber ich mag die dimension ich mag die über große feder er schreibt hervorragend ich habe ihn mir schon eine weile in gebrauch die feder sinkt auf dem papier das hat mir super gut gefallen es schreibt absolut geschmeidig auf dem clairefontaine papier guter tintenfluss das design ist toll ja edle box hatte ich schon gesagt was ist der nachteil ja man braucht vielleicht ein bisschen lang um die kappe aufzuschrauben aber ehrlich bei dem tollen füllfederhalter das ist keiner den man mal so nebenher mitnimmt und dann eine schnelle notiz unterwegs machen möchte sondern das ist ein wirklich edles teil und ich glaube da ist auch das aufschrauben oder für das aufschrauben der kappe dann entsprechend zeit was hat mir weniger gut gefallen gibt es eigentlich nur eine sache die mir weniger gut gefällt dass man ihn nur noch vintage und sehr schwer bekommt ansonsten habe ich wirklich keinerlei nachteile zu dem füllfederhalter gefunden insofern fällt auch mein resümee ihr könnt euch denken sehr positiv aus ich würde ihn mir auf jeden fall wieder kaufen ich kann ihn euch absolut ans herz legen versucht einen solchen laban checkered flag large zu bekommen ist ein toller füllfederhalter ich werde glaube ich mir auch noch andere laban modelle aus taiwan bestellen ich bin da schon am überlegen ich werde euch auf jeden fall vorstellen wenn ich mir noch was geholt habe aber von dem checkered flag in dieser großen ausführung bin ich absolut begeistert würde euch empfehlen ebay kleinanzeigen eher schwierig wenn ihr vielleicht mehr erfolg haben wollt und dann auch den zoll nicht scheut schaut bei ebay in usa ist er ab und an und über ebay.com ist er noch zu bekommen 200 euro plus würde sagen 200 215 euro dafür könnt ihr ihn finden ihr wisst wie immer ich bekomme da nichts dafür es gibt hier keinen kein voucher wo man den irgendwo günstiger bekommen kann weil es ihn einfach so auch vom hersteller auf der seite wird er nicht mehr erwähnt nicht mehr gibt aber ich sage es euch noch mal die suche lohnt sich ich wünsche euch viel erfolg dabei und wir sehen uns nächstes mal bei ink up your pen bis dahin macht's gut tschüss wir sehen uns